Ups. Ich war's nicht! Lass mich doch einfach in Ruhe. Mann ey. Mal einen in Ruhe lassen? Ich weiß, es kommt schon wieder Jump'n'Course. Rahul ist auch mit in der Party. Was zum Teufel ist da draußen los? Bitte komm! Aua! Hallo! Aua! Wir reißen heute Brücken ein, Leute! Und zwar hab ich nämlich ne fucking Mission. Mit Zugrücken zu jagen. Auch was Sinnvolles. Gleich Missionen jagen. Oh! Ich bedanke mich nochmal für die 22 Abonnenten. Ich kann nur Danke sagen. Abonniert und liked jetzt den Stream und abonniert auf meinen Kanal, dass ihr keine Streams-Videos etc. pp. verpasst. Schade. Sollen jetzt deine Zuschauer den Livestream abonnieren oder ist das klappt? Den Li... Ah! Verwirr mich nicht! Den Livestream. Liken. Und... Abonnieren. Mein Kanal. Den Kanal abonnieren von mir. Und... Glocke aktivieren, um keine Sachen mehr zu verpassen. Scheiß. Du bist jetzt ein Kiss. Ich weiß nicht. So. Und... Da kommt gleich ein Zug! Wie ist der? Ups. 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 Leute, hier kommt ein Zug. Wie ist die Lage? Bitte komm! Hey du Scheiße! Ja, neutral! Boah! Warum ist ein Panzer so unhandlich in diesem Spiel? Ja, auf einmal... Auf einmal fährt man hier einfach wie so ein... Ich hab' gekostet zu tun. Ach, ich war... Zug! Entgleise! Also so meine ich das jetzt nicht! Ey, da hatte keine Autos drauf. Bin ich zu schwer? Ja, bin ich! Schnell zurück! 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 Ich fahr' eigentlich nur da hin, auf den Flughafen, aber seitdem ich hier bin, mach' ich meistens eigentlich nur die Brücke kaputt. Ich bin Brückenarchäolo-Gesiecker oder was. Muss man ein bisschen aufräumen. Oh, okay, 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 okay. Okay, 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 ich hab's kapiert, ich hab's kapiert, ja genau, tschüss. Das Ding wollte mich nicht drauf haben. Naja, dein Ernst, da wollte ich gerade, ach egal. Oh, 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 ja, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Der ist in Kommen, Jungs, weitermachen. Wenn man nie rennt. Oh. Das könnte Ärger geben. Ich liebe Ärger. Ja, weiter. Ich muss nur noch mit der Steuerung von diesem Scheiß-Streck. Na, komm los! Wie ist euer Status? Bitte kommen! Verdammt! Boah, hab ich mich erschrocken. Ich wollte grad sagen, da geht's runter. Welcher Zug hat's mal wieder kapiert? Die letzten drei. Der Rest, ja gut, der ist da unten. Na ja, dann können wir ja gleich aufräumen, ne? Ey! Kommt die runter! Schaut, der hat Ehre. Der kommt sogar runter. Und ein bisschen gerade blieb. Das fährt noch eine Weite. Ich hab' gerade ehrlich noch mal eine Weite. Ja. So. Nennen wir mal kurz den Jet. Fliegen. Äh, zur Mission, dann machen wir schnell die Mission. Dauerfeuer. 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 Bei mir dauert es ein bisschen. Sie befinden sich auf Sperrgebiet. Verschwinden Sie! Hauptsache die gibt es einfach kaum, wenn sie einen Griff haben sich. Sie befinden sich auf Sperrgebiet. Verschwinden Sie! Da genau. Einfach alles kaputt gemacht schon. Einsatz von Elite-Truppen autorisiert. Sie sind unterwegs. Mach auf. Achtung! Helikopterunterstützung nähert sich eurer Position. Helikopter im Anflug. Ich wiederhole. Helikopter im Anflug. Wir schicken ein Helikopter ins Zielgebiet. Luftunterstützung ist unterwegs. Krass. Es ist ein bisschen laut. Was? Zielperson ist entkommen. Halt die Augen offen. Musst du nur kurz meine Schwitte machen. Frau Hohl, wie geht es dir so? Warte! Ich bin in der Spass. Ach, ich bin bei der Flüge. Ich bin bei der Flüge! Ich bin bei der Flüge. Bombenangriff. 3 2 1. Es ist Showtime! Ja, ja, Rico. Was ist da draußen los? Bitte komm! Warum antwortet niemand? Wie geht es euch eigentlich so? Wie geht es zu machen? Hab morgen wieder Schule. Komme ich auch? Ach tadaaaannn! Boah, ich war nach Bauerfeuer aus, wie sie vorhin sind. Helikopter am Anflug! Ich wiederhole! Helikopter am Anflug! Boah, Alter! Einfach alles kaputt gemacht! Wir schicken ein Helikopter ins Zielgebiet! Jawohl! Ja! Ich hab mit ein paar Raketen, ne? Luftunterstützung ist unterwegs! Eine komplette Vorinsel kaputt gemacht, fast! Acht! Helikopter-Unterstützung nährt sich eurer Position! Haja! Oh! 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 Weitere Schiffe sind unterwegs, um euch zu unterstützen! Boah, warum klingt das so riesig eigentlich? Außer Sichtbreite! Weiß ich wie laut ich bin! Alle Einheiten in Alarmbereitschaft! Sichtkontakt wiederherstellen! Luftunterstützung ist unterwegs! Wow! Dauerfeuer! Oh! Achtung! Helikopter-Unterstützung nährt sich eurer Position! Zurück zur Tagesordnung! Ziel ist entkommen! Woah! Bitte kommen! Alle verfügbaren Einheiten! Melden Sie sich! Bitte kommen! Ciao! So! Wo ist die Mission? Du gehst schwimmen! Mein Kumpel! Du gehst schwimmen, mein Kumpel! Schwarz! Ist doch ein bisschen erstarrtend! Nein, aber das war nie Teil der Abmachung, Sheldon! Ja, jetzt ist es aber Teil der Abmachung, Mario! Ich... ich kann nicht! Es tut mir leid, mein Junge! Es passiert nichts! Akilah! 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 Du hast die Rebellen also gefunden, Sheldon! Ach, weißt du, mein Pilot Crashy sagt, wir müssen alle unseren Teil beitragen! Und du kennst mich, Menschenfreund des Jahres! Und zwar jedes Jahr! Klar! Doch wirklich! Deswegen habe ich gerade einen Deal mit den Rebellen ausgemacht! Du rettest sie, sie helfen mir, und dafür helfe ich dir hinzukommen, wo immer du willst! Vielen Dank, Shane! Für dich mache ich das gerne! Gern geschehen, mein Junge! Ähm... okay... Naja... Was zum Teufel war das eben mit Sheldon, hä? Er hat mir das Funkgerät gegeben! Er hat uns allen welche gegeben und sagte, es wären Geschenke! Du hast mich angelogen! Er wusste, dass wir keine Chance haben! Das ist unsere Revolution, aber... wir gehören ihm! Mario! Ich kenne Tom Sheldon! Ich habe lange mit ihm gearbeitet, aber du... bist ein Freund! Du musst mir die Wahrheit sagen! Tut mir leid! Tut mir leid, dass ich dich da bitte reingezogen habe! Ist schon okay! Nee, die Deckung vergessen, Amico! Ach, wie lustig! Er ist ganz nass! Kommt! Wir sprechen über ein Bavarium-Depot. Das ist ein Lager für Bavarium. Es würde ihm wehtun, wenn wir das zerstören. Ich seh mir das mal an! Das Spiel hat begonnen! Die Wahrscheinlichkeit eines qualvollen Todes ist sehr hoch! Ich rede von dir! Die Ravello ist jetzt der gefährlichste Mann der Welt! Ich brauche meinen Bavarium-Scanner! Triff dich bei Vigilator Nord mit meiner Kontaktperson! Hm! Da wisst ihr nicht, wer von Hitler, glaube ich! Er war das Schlimmste! Und wer jetzt in den Chat schreibt, doch! Ich kenne diesen Kerl! Sein Boot scheint auf dem Trockenen zu liegen! Kannst du ihm helfen? Bauer, bei! Bauer, bei! Bauer, bei! Bauer, bei! Riko! Die See ist heute ziemlich rau, mein Freund! Wären Sie so nett uns wieder ins Wasser zu bringen? Danke, Riko! Das vergessen... Ich habe die Schneur, also... Ich habe die Schneur, also... Gewucht bekommen! Erhol! Hm? Ich habe eine Schnellreise bekommen! Ja! Wie viele Missionen hat der eigentlich? Was? Wie viele Missionen hat das Kuss eigentlich? Rechnen... Echt? Da ist das vor, das ist wie viele Missionen... Ja! Du kannst auf... ...Warten... ...Nach... ...Au... ...Seller... Ich möchte... Jetzt hat der Bränser hier... Ich habe mich gerade komplett viel abgemacht... 27... Das ist eigentlich... Das ist recht wenig... Also für mich ist das recht wenig... Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht... Ne... 25... 25... Trotzdem recht wenig... Ach egal... Aua! 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 Ich habe vergessen den Fallschirm aufzumachen... Bin ich nicht... Raul! Ja! Digger! Staubsauger im Hintergrund! ich werde direkt sogar hier gespawnt ich weiß nicht ob es ein kampfgebiet ist das sind oh mein gott ich will vielleicht erst mal dir helfen ja 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 Ich hatte keine Chance. Hä? Von hinten, Digga. ich wurde gewünscht also nicht falsch verstehen legen wir los was ich mache so fordere ich mir jetzt ein panzer an und Oh Dich wird mir niemand vermissen Den auch nicht Dich wird mir niemand vermissen Das war's für heute. Das war's für heute. Oh. Alter! Hilfe! Leute, schreibt mir mal in den Chat, wie ich das Ding kaputt machen wollte. Ja. Kein Problem. Oh. 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 Boah. Oh. Oh. Ansel. Das war's. 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 So, und so. Oh, shit! Ah! Ja, gut. Ja, ihr habt ein neues Auto freigeschaltet? Okay. Ich bin ne Ein-Mann-Armee. Gut. Nicht nur ein Mann, Alter. Noch ein bisschen Action-Reich. Nein, 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 warte mal. Ja, die haben alle hier alleine kaputt gemacht, ja. Also, danke. Seid gegrüßt, Bürger! Cava Geminos Sud ist weg. Einfach weg! Man kann keine Nation aufbauen, ohne ein paar Basen zu zerstören oder prominente Gäste aus dem Ausland zu entführen. Ja, schon gut. Viva Medici! Ich find's immer cool, dass man, ähm, so ne kleine... Oh, warte mal, ist das jetzt nicht ein Schaum von Usb? Ja. Warte, dann benutze ich das jetzt mal. Okay, nein, ich be- warte, ich benutze dich weiter. Fahr nicht weg! Warte mal! Schneebleiben! Falschredung! Was, so schickt der mich? Schickt der mich? Schickt der mich? Gut. Hier ist die... Baum! Viel Spaß beim Kämpfen da oben! Oh! Ich bin einfach über den Trübel gerasselt. Sorry! Ich glück! Wir haben erfahren, dass in deiner Nähe ein Truck mit gefangenen Rebellen unterwegs ist. Kannst du sie befreien? Ich glaube nicht. Ich bin einfach vor! Ei bin einfach nicht veräß. Ich habe behaviors! Ich bin einfach nicht vertounty. Ich bin einfach nicht verablier, aber ich habe... Ich habe die Arme, die Arme! Ich habe die Arme, gemützungen von Wirt zu müssen. Aber ich habe ihre Arme, aber nicht! Ja, das ist. Ich bin einfach nicht verabliert! Gut, Rico. Jetzt musst du sie abschütteln, damit die Rebellen fliehen können. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Heavy. Was sagen? Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Wow. Was kommt denn hier alles runter? Äh? Die folgen mir. Schickt! Alle Einheiten hierher. Ich wiederhole. Alle Einheiten hierher. Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Bitte komm, hier Zentrale. Was ist da draußen los? Bitte komm. Ich hoffe, die haben Panzerwählen. Ich hoffe, die haben Panzerwählen. Da ist die Zugbrücke. Natürlich fickt er mich so und ich fahre natürlich geradeaus weiter. Ich habe da vorne bei der Kreuzung. Da vorne. Oh, krass. Ähm. Ich fahre mich. Ich fahre mich da oben hinten. Ich fahre mich da oben hinten. Ich fahre mich schnell mit dem Auto. So. Ich probiere uns kurz den Sportwagen. Hölle Vor dem Städten, was der ein Fahrzeug, wir können uns dann älter sein. Ja, der uns auch, der uns. Hey, was ist denn los, Jungs? Dann wird es. Du, 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 du. Du, 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 du. war obwohl ich noch eine dinge und dann können wir ja fort mit stream machen oder ein Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.